Letztes Mal seine Frau sehen? Ja! Komm mit! Oh, vielen Dank! Zwei Dollar! Dankeschön! Oh, das ist not... Ähm... Sie ist hübsch, oder? Das ist not, dankeschön! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ich hätte jetzt wieder gefragt... Ich will nicht sagen, dass Ihre Frau fett ist, aber ich komm noch nicht vorbei! Warum steht da ein beschissenes Pferd in meinem Raum? Da steht ein Pferd auf... Simi, was hast du wieder angestellt? Das ist nicht mein... Wie gehört denn das Pferd?